So Leute, es ist wieder soweit. Der Spaß ist zu Ende. Der Ernst des Lebens fängt wieder an. Heute spielen wir wieder ein weiteres Spiel mit Sporting. Ein absolutes 6-Punkte-Spiel. Und das könnte wirklich mitentscheidend dafür sein, ob wir die Meisterschaft noch anpeilen können oder realistisch sein müssen und sagen, das war's aus. Und ich hoffe natürlich, dass wir den Dreier heute machen und damit vielleicht sogar die Tabellenführung übernehmen vorerst. Wir haben zwar ein oder zwei Spiele mehr als die anderen, aber trotzdem, sowas ist ja auch so eine Psyche-Sache. Also für die Psyche. Auf jeden Fall unterstützt mich, drückt mir die Daumen, dass das heute drei Punkte werden. Ich versuche auch wieder ein paar Szenen aufzunehmen und bis dahin zittert mit. Leider gibt es keine Live-Übertragung. Wobei, nee, wird's schwierig. Ja, aber ihr hört später dann ja auf jeden Fall von mir. Also macht's gut und haltet die Ohren steif und, ne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut.